Warte, bist du sicher, dass du weitergehen solltest? Ja. Vielleicht... Vielleicht sollten wir Dinge, wie sie sind. Das habe ich mir auch schon überlegt, aber... Ja. Wir weitergehen. Ähm, ich brauche eine Kontrolle. Kannst du dich lernen? Fuck! Wie du möchtest. Sie sah die Wendchen aus. Okay, grüß dich lernen. Willkommen zurück zu Detroit. Become Human. Und es geht weiter. Weil der Kona ist ja... ...defektet, ne? Oh. Markus! Wir gehen zum Karl. Okay. Alarm deactivated. Welcome home, Markus. Ich weiß schon genau, wo er ist. Es ist noch, der muss in den Bett sein. Ist das nicht das, was ich gemein soll? Oder nicht? Warum trafst du dich so komisch? Macht er Pirouette? Wer bist du? Wie kamst du in? Ich muss Karl sehen. Karl sieht niemanden. Du musst zu gehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr weich. Ich bin nicht sicher, dass er mit dir zu sprechen kann. Ich freue mich zu dich. Wir haben übrigens wieder die Seiten nach unten gewechselt. Weil ich habe jetzt jamais gesehen, wie es instabil geworden sind. Dann wäre ich sorry. Blecky Shoutout für dich. Du hast ... bis hier alles geschaut. Oh wow. Oh, Karl. Markus. Ich hoffe, dass du kommst. Ich habe dich so viel geblieben, Karl. Du wirst nicht wissen, wie viel ich dich geblieben habe. Was ist passiert, Markus? Ich bin komplett verloren. Ich bin komplett verloren, Karl. Der ganze Welt fällt auf mich. Ich versuche, dass ich die richtige Sache mache. Ich schaue für Antworten. Insofern, ich finde mehr Sorgen und mehr Uncertainheit. Der Welt ist durch Angst, Markus. Angst, anderen. Angst, der Zukunft. Es ist wie ich, zu alt. Es ist Zeit für ein Dan. Der Welt. Wir haben uns eine Welt von... Ja. Was soll ich machen? Karl, sie töten meine Leute. Ich will nicht... Verwaltung mit Verwaltung antworten. Aber sag mir... Welche Wahl haben sie gegeben? Verwaltung. Verwaltung von ihr zu leben machten. zwischen... Leeren und Leere. zwischen... der Riesst du mit deinem Bef markiert. oder dringend sie als eine Mordbike. Ich habe keine Antworten von Marques. Ja, ich weiß es, ich habe eine Möglichkeit, Markus. Du musst fragzen sich, den Welt so well ist. Oder... Ich bin jetzt... also... für reginen. Du bist mein Sohn, Markus. Unsere Blut ist nicht die gleiche Farbe. Aber ich weiß, dass mich ein Teil von dir ist. Wenn die Welt in der Dunkelheit fällt, einige Menschen haben die Gelegenheit, um es zu führen. Du bist ein von diesen Menschen. Bewege die Abiss. Aber lass es dich nicht konsumieren. Gut. Die Kirche. Die Kirche der Androiden. Das haben wir hart, meine Freunde. Ich glaube, der Conner wird ein maßgeblicher, ähm, wichtiger. Oh, die Bomben. Ich glaube, er wird ein wichtiger Punkt sein. Oh, wow, wie das ausschaut. Heretics. Oh, wow. Ich dachte, du wärst sicher, wir bleiben mit uns. Was ist mit dich? Katzen! Beruhigt euch! Du musst die Stadt verlassen. Du musst die Stadt verlassen, wenn du noch nicht kannst. Wir werden uns von hier entfernt. Wir müssen den letzten Bus catchen. Wir müssen noch eine Chance haben, die Grenzen zu crossen. Hm. Und das war ohne Luther. Wir haben einen Luther verloren. Ja, ich bin durch. D instead... Wir müssen uns auch Menschen wegschauen. Wir müssen uns다가, die Leute wegschauen. Wir müssen uns berücksicht. Ich bin auf. Wauw. Ich bin auf. Es wird auf. Ah, Simon? Nicht Simon, ich weiß nicht, wie er heißt. Joshua, irgendwie so. Wir sind die besten Freund, was glaubst du? Wenn du entscheidest, ich bin mit dir, Markus. Hm, Josh, ja. Be gut. North Recker-Boy, weil, was ist der? Wir sind ein paarchen, da gibt's Kauser North. Der hat schon verkackt, wie sie mich geküsst hat. He, he, he. So rennt das im echten Leben auch? Und am meisten so ist der Mauder-Depp, oder? Hey, Simon! He, he, he. So, we, he. Oh, he, he. Oh, he, 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 he. Simon, lebt, Joanno. Oh, he, 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 he. Our people are counting on you, Markus. I'm, sorry. You're the only one who can lead us. Wherever you need to go. I will follow. We'll follow you. Ah, we will follow you. Okay. Was, was ist mit dir, Katze? Es ist so spannend und die Katzen können nicht aufhören, jetzt auf einen Moment. Okay, was schon mein Ding. Um. Ah. Your name is Connor. I'm the android sent by Cyberlife. Um. Oh, da ist er. Oh, da ist jetzt noch was. So, gebrückt kann ich den, ne? So. Ich erkenne es nicht am Scheitel, okay? Nage. Oh. Was ist dein Systemstatus? Ich bin okay. Die Bühne hat keine Bicomponenten. Du könntest hab'n getötet, versucht mich zu retten, Markus. Du musst erst über unsere Menschen denken. Ich habe. Ich habe. Du musst erst über unsere Menschen denken. Ich habe. Wie viele von uns überlebt haben wir den Angriff? Ein paar hunderten. Vielleicht mehr, wenn du die, die in der Stadt schütztest. Wenn du die Bombe nicht verletzt hast, dann werden wir alle sterben. Wir haben fünf verschiedene Campen in der Detroit. Sie werden mehr über die Lande gebaut. Sie sind vorbereitet für ein Genocid. In ein paar Stunden wird alles übergehen. Wir haben uns verändert den Welt, oder der Welt wird uns verletzt. Sie müssen uns verletzt, Markus. Aber was du wählst, werden wir dich folgen. Ich liebe dich, Markus. Ja. Danke. Ja. Markus ist König eigentlich, ne? Ich liebe dich. Liebesbeziehung. Liebesbeziehung. Conor steht da hinten. Ja, ganzer Lachen, oder? Was kann das heute so tun? In der Welt von Detroit. Ja. Der Conor hat sicher einen Plan. Ja. 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 Entschuldigung Markus, ich kann es verstehen, wenn du nicht zu Vertrauen hast. Du bist einer von uns jetzt, dein Platz ist mit deinen Menschen. Es gibt Tausende von Androids in der Assemblée der Cyberlife. Wenn wir sie aufzuhören können, sie können uns befreuen und verbrechen die Kraft. Ja, das ist ein Problem. Ich bin gerade, ich sage die ganze Zeit nichts, weil ich gerade überlege, wie ein... Wie ein... Okay, das ist ein nice Angle. Das ist ein nice Angle. Ich überlege gerade, wie ein, äh, Hänkse Burghassen hat. Was ist das? Jacob, oder? Ich hoffe, Jacob, wir werden es dann zeigen, weil die glauben nämlich, wir werden es wissen. Ähm, ja. Achso, ich muss auf meinen Thron, einen Moment. No problem, lads. Ich gehe schnell auf, ganz awkwardly und werde jetzt sprechen. Ähm, Demonstration der Revolution, okay. Wir sind unterstützend, ja. Marsche friedlich zu den Lagern. Statt dann Angriff auf die Lager. Ja, ach. Aber... Sie sind unterstützend, wenn ich jetzt... eine Revolution erzähle. Hören Sie mal? Ich denke nicht. Machen wir eine Demonstration. Ich weiß, Sie sind alle wunderschön. Es ist... Und ich weiß, Sie wollen wieder kämpfen. Aber ich versuche Ihnen, dass die Violence nicht die Antwort hier ist. Wir werden ihnen ihnen, friedlich, dass wir Justiz wollen. Und wenn es keine Menschheit gibt, werden sie hören. Und wenn nicht, werden die anderen unseren Platz nehmen und fortsetzen. Katze, was brauchst du denn? Bist du bereit, mich zu folgen? Das ist die letzte Chance, oder? Und ich erwarte halt, dass der Connor durchkommt. Das sind Leute zu protestieren. Das ist eine andere... Oh, es waren nur Auktionen gewesen? Hm. Wahrscheinlich ohne Connor, ne? Weil wir hätten nämlich kein Boy gehabt. Aber wir friedlich protestiert hätten, ohne dass wir... in Connor als Ding gehabt hätten. Nach der Seele, Connor. Ach so, ja. Sag einmal, Katze. Geht's noch? Was ist jetzt? Die ganze... Die ganze Zeit schon. So richtig. Alle rennen sie rum. Sie haben schon zwei Gläser kaputt gemacht. Ah. Also, nach der Seele gibt's meinen, ähm... Connor als... Dinger, als... Alle rennen sie rum. Ach so, ich habe gesagt, ich habe gesagt, dass der Neukunft gewonnen hat. Ich habe gesagt, dass der Neukunft auf jeden Fall ist, dass der Neukunft auf die Welt gefordert werden. Alle elektronische Kommunikationen zu verhindern. Und ich habe die Werte verlebt, dass wir die Einwanderung auf die Sicherheit verholt haben. Und diese Maßnahmen, alle Androiden, müssen alle der Zurück auf die Regen herstellen. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured, that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Please! Anführer der Abwechler. Madame President! Madame President! Has the leader of the Deviant been apprehended? The Deviant that is known as Marcus has not been located yet, but we will soon track it down and neutralize it. Madame President! Please? Please? What can you tell us about the assault that happened last night? The FBI raided an abandoned freighter in Detroit at 10.45pm yesterday. Several thousand androids were destroyed or captured. Our forces are now combing the streets to ensure that none got through the net. We are going to find them one by one and destroy them. But why? Madame President! Madame President! Madame President! Madame President! Public opinion seems to have become increasingly favorable to the Deviants. Particularly since they have adopted a peaceful approach. How do you feel about this? Public opinion is one thing. The security of the state is another. These Deviants are dangerous and my highest priority is to protect the American people. Madame President! Madame President! Many believe that the androids are a new form of intelligent life. Do you have any comment? That's ridiculous. Is it? The next question please. Madame President! Please? Is it true that a large number of Deviants are still on the loose? We don't have the full reports at this time. But if so, I can assure you, they will soon be apprehended and destroyed. Thank you. That will be all. Good. I think we have all the good questions. That's all for me at least relevant. Simon F? Okay. My name is Connor. Connor Model 313, 248, 317. I'm expected. Identification successful. Okay. Go ahead. Okay. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wir haben noch 10 Minuten. In dieser Zeit werden wir Cyberlife ausräumen. Und ich bin mir ziemlich sicher. Ich muss den Namen wissen. Von Connor, äh, von Hank St. Buum. Und ich glaube, es war der Jacob. Oh ja. Phelic. Nice. The big penis. Let's go. Um. Okay. Follow me. We'll escort you. Thanks. But I know where to go. Maybe. But I have my orders. Follow me. Und ich bleibe auch verstehe. Haha. Jetzt schon das letzte Mal, dass ich das gewohnt habe. Hm. Zwei hinten hinfahren. Okay. Okay. Oh. Agent 23 identified. Agent 23 identified. Connor and Anthony identified. Agent 27 identified. Agent 27 identified. Scan complete. Access authorized. Ist ihm kalt? Hm. Oh no. Nein, Cyberlife sind garantiert die meisten, ja. Kann er, kann er nicht... nicht herum... Ein... Okay. Ausgestattet einfach. Not anymore, not after today! Agent 54, Level 31. Voice recognition validated. Access authorized. Okay. Ich glaube wir sehen jetzt nur mit dem Ende. Konstruieren? Ja. Okay, das ist jetzt nichts. Was fühlen? Let's go! Oh no! Okay, ich hab ihn nicht rufen. Okay, ich hab ihn mit dem. Please indicate your identity and destination. Agent 54, Level sub 49. Voice recognition validated. Access authorized. Good. Ah, der Neighbor. The last boss leaves in 20 Minuten. That doesn't give us much time. We've got to move fast. Okay. Let's go. Run, Cara. Okay, red vorher mit der Alice. Das ist vielleicht. Are you alright? I'm, I'm, I'm really cold. Deaktivieren. Ja, dann muss deaktivieren, oder? You'll feel better now. Thanks. No problemo. Tochter. Mach ma schon. Auf die zwei, die zwei machen wir jetzt Sorgen, weil... Oder komm. Na, diesmal nicht. Na komm, ich hab kein Woll. Ich hab kein Woll. Wirklich. Oh, da komm. Du ist weg. Oh, für fuck's sake. Oh, komm. Der Woll. Der Woll. Der Woll. No, please don't hurt me. You gotta find your knees. What are we gonna do? We have to keep going if we want to catch that bus. Wollen wir zum Bus? Oder kämpfen wir jetzt? Aber ich hab ne kleine bei mir. Ja. Okay. Da gibt es allgemein. Da gibt es allgemein. Da müssen wir vorsichtig sein. Komm schon, geht weiter. Hurry up. Get in. Komm schon, wir werden mit dem. Das ist jetzt auf der Seite. Schau mal da. Die Geri. Geri? Wir können sie nicht helfen. Die Soldaten sind überall. Wir können sie nicht einfach wegwerfen. Wir werden sie töten. Wirf die Waffen! Wirf die Waffen! Die Cherries retten, weiter gehen, weiter gehen, die Cherries retten, aaah, ja. Komm jetzt. Wirf die Waffen, wenn wir keine Waffen haben, dann passt du es. Nein! Nein! Bitte, bitte! Was? Ich hab ein Waffen. Kari, du hast uns geholfen. Wir wissen nicht, wie Sie zu bedanken. Wo ist die kleine? Sie ist okay, sie ist schnauend. Gehen, bevor sie dich sehen! Na die um. Na die um. Na die um. Na die um. Er muss laufen. Er muss, er muss, er muss. Ah, nein. Na die um. Was machen wir? Wir haben Passport, wir sollten es gut sein, aber Sie wissen nicht. Ist es noch eine Art Weg? Wir können einen Detour machen, aber wir müssen den Bus. Vielleicht ist es besser, dass wir sicher sind. 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. Oh ja, da fährt er, wenn das nichts wird. Ich fühle mich gut. Connor muss ausgereissen. Whatever happens, don't panic, okay? Just stay calm. ID, please. You do realize there's a curfew? Civilians aren't allowed out unless absolutely necessary. Where are you going? Canada. We're going to take a bus across the border. Put my daughter someplace safe. Until things calm down. You all right, little girl? She's trembling. Something wrong? It's, um... She's not used to seeing soldiers. She's a little scared with everything that's happening. Sorry, miss, but we gotta be careful. There are deviants around and our guys are nervous. You should hurry on home. Thanks. Hey, wait a minute. We're coming to you live from Detroit, where thousands of Androids are most likely to die. Marching through the city at this very moment. The leader of the Deviants, the one they call Marcus. The one they call Marcus. The one they call Marcus. Something's happening in Detroit, Madam President. The two that call Marcus is to be the last episode. Okay. Ahm. Ganz ehrlich, I think this will be the last episode. I'll hear a very good part. Ah. That's a pitiful. I'll hear a lot of times. Jetzt ist es voll der Cliffhanger, aber ich glaube die nächste Episode ist definitiv die letzte. Ich werde die nächste Episode so aussetzen, dass ich es wirklich bis zum Endspiel und dann ist die Series komplett. Es tut mir leid, dass der Cliffhanger ist, Blacky, besonders für dich, aber naja, Pech. Lass dir ein Like, dass euch gefällt, dann lasst uns am nächsten Mal wieder einschalten wie jetzt zum WD-Reality-Channel. Jeden Tag siehst du ein Video, siebenmal Livestream und um 9 Uhr ein englisches Video. Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag und fiat euch.